Wukong, Herr der blutigen Messer. Er kommt aus dem Bau und er nimmt Drache, ein einsamer Wolf in der Unterwelt von Hongkong. Wukong, Herr der blutigen Messer. Sie schenken ihm nichts, aber er zahlt mit gleicher Münze, gnadenlos, auf Leben und Tod. Wukong, der härteste, der gejagteste, der erwarmungsloseste Mann von Hongkong in unerbittlichem Kampf gegen die Mordgang der Stadt. Die Liebe zu diesem Mädchen kostet ihm fast das Leben. Und die Banditen schrecken vor nichts zurück. Um sie zu retten, wagt er alles. Wukong, Herr der blutigen Messer. Musik Hongkong, faszinierende Stadt im fernen Osten. Das Pulverfass am Gelben Meer ist der Hintergrund zu diesem sensationellen chinesischen Film. Wukong, Herr der blutigen Messer. Ein Orkan der Gewalt. Wukong, Herr der blutigen Messer. Wukong, Herr der blutigen Messer. Musik Musik Musik